was geht youtube wir sind noch mal in einer hardcore tdm runde sowie auch gestern schon gestern lief es ganz nice deswegen habe ich mir den sweezy auch wieder eingepackt yo yo sehr schön so ich mache jetzt das krasse der welt während ich laufe leute denken den rabatt code rtc bei tryhard plus für 20 prozent und werbung wieder weg gemacht vor krasse und einer hand werbung geschaltet das war der leckerste tour piece der welt wenn man es jetzt normal spielst du wie man halt zusammen spielte dann könnte man ob es schaffen nein ich habe so veräumtiger aber diesen einem rail haben wir letzte runde schon heftig zerstört und ich habe richtig gut leute also ich bin sehr wir 42 und aber richtig stabil nicht irgendwie so anfangen sondern so richtig stabil 10.000 ep oder so gemacht wo jetzt auch eine szene habe auch drohne ich hau sie raus und aktualisiert sie schneller nein ich wurde einmal angehittet und dann ist man ja so richtig wollen wollen aber so habe ich gerade meine streak auch gemacht dass es geht schon wo sitzt um welcher oh mein gott let's go habe gleich auch blitzschlag hätte ich dir jetzt so in den rücken geschossen digga was auch nicht da kommt ein blitzschlag hin bei dir achte ich habe ehemann das kassiert von milka habe ich nicht voll schlau zu spielen blitzschlag ja wenn man noch einmal man pinkt noch einmal die man aber nicht raus wenn man mit drei mal nein digga ich sterbe durch die claim das gibt's doch nicht ich komme an man ich hätte nur klar machen können warum warum hilft dagegen kugelweste nicht auch in hardcore müsste das helfen ohne scheiß jetzt links hier mitnehmen müssen wo du das siehst wo es rot angezeigt wird techniker oder genau die zwei dahinten schimmeln so maximal im spawn mit einer l sat ich bin der beste hardcore spieler geworden anscheinend ja hardcore liegt mir irgendwie nicht so wie du hast ja okay blitzschlag hilft nämlich nicht ernst drei kälte das waren vier oder so jetzt kommen die alle hier digga nur nicht schocken jetzt pass auf dass das wird da aber wie digga nein nein digga im ray ok den ruhig im blitzschlag raus ich weiß ja dass naja die kriege so maximal auf den kopf die dahinten kämpfen hä oh mein gott vor milka kuh der gibt mir die ganze one burst als wir die claimer platziert dieser eine hund digga das ist so krank es ist auch egal ob ich jetzt durch ihn gestorben werde durch ihn ich habe so eine random nade kassiert heiliger hier geht es aber auch nur bis 75 grad wie ich ihn ausgeknipst habe bis bis 75 meinst du ja 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 nice teammate wie er seine nade wieder loswirft drohne na ok milka kuhle kann ich jetzt nicht viel machen man levelt hier also sehr schnell warum eigentlich keine ahnung ich glaube mal es gibt bonis oder so drohne guck mal wie ich gedocht habe wahrscheinlich alles waren alle 14 blitzschlag oder guck mal wie der eine mich auf mich gegeilt hat und ich habe so richtig eklig mich geduckt ich wusste ich brauche nur noch einen da hinten so und hau rein bruder das hast du schön gemacht ich weiß auch früher war auch immer die m27 prezi etwas niedriger hat man gesagt wegen hardcore weißt du ja ja safe man hat ja für jeden scheiß eine ausrede aber kaum vielleicht für alles digga zweimal gnadenlos auch hier level ich echt schnell man guck mir jetzt auch blitzschlag ein gehe ich gar nicht ein mann milka kuh warum bleibst du jetzt hier drin er hat auch dieses herz als emblem das macht mich so aggressiv digga so wie ich muss man das haben das herz und jage marcel können wir das emblem ändern dieses liga rang 1 sieht so krass aus wirklich sieht so geil aus ja das ist echt so dieser vogel guck dir bitte mal das emblem von von alpha tier odin an ja das perfekte noob emblem ja ich weiß das wollte ich auch wollte ich gerade sagen digga das ist perfekt das ist perfekt ja ne aber doch ich hab noch eins warte ich mal rein ich hab noch was mit den hunden ah beast hast du ne warte ich hab's gewechselt achso das lädt noch nicht ne lädt noch nicht aber egal ich werde ich sehen ich gehe auf kaserne und dann auf dings hier sieht man es dann da ah ne du kannst ja nicht auf meine kaserne gehen vielleicht müssen wir kurz ah jetzt ah ja perfekt das ist aber richtig schön digga das sieht sehr gut aus boah es gibt sogar leute die hart es spielen mehr leute hardcore herrschaft als äh leute multiteam spielen wie viele leute spielen multiteam 10 komm gucken wir einmal um dann wieder frustriert rauszuquitten ja digga wenn ach Gott ich hör vor hardcore multiteam stellung digga das sieht ja doch das geht eigentlich oder das geht ja das geht safe ja aber abschluss besteht egal egal digga das ist schon für multiteam da kann man sich jetzt nicht beschweren nein scheiße ich habe noch blitzschlag drin ja ich habe es gerade rausgemacht ich wollte kontadrohne wieder rein machen jetzt habe ich nur drohne und ORB ja hauptsache drohne ORB der Rest ist sowieso egal außer die sparen jetzt kontadrohne digga abschluss bestätigt raid geht sogar eigentlich wirklich klar digga da gibt es auch triples also klar werden wir jetzt keine machen ja gibt es und wieso sagst du sowas? ja digga ok denkst du wir machen jetzt wir müssen jetzt einfach schlau hast du irgendeine hardliner klasse? äh nein keine einzige hugos kurbel ist so abgebrochen nein digga was ist das sieht schon schön aus das war schon grad absolutes glück wo sind die denn? find absolut niemanden die sind auch alle hier gleich gelaufen nein 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 ah Mr. LSW digga desigungs wenn das jetzt Stellung wäre wäre ich richtig aufgeregt aber absolut verständigt ist immer so eine Sache ja ich weiß was du meinst wir müssen halt die Marken wirklich aufsammeln wenn wir einen Kill machen sonst können wir es eh vergessen zum Glück haben wir keinen Mate der auf alle Marken geiert gut dass wir nicht mit Gaps spielen das war der intensivste Fight meines Lebens du glaubst es nicht digga das war so heftig Drohne habe ich schon mal boah und alle Marken einsammeln der ist gequittet digga oh mein Gott wieso quittest du? ok ich bin hinter einem wie er sich umgedreht hat digga was? ok ich hab oh ich hab so verheimt ich hab auch gleich Orbi Hälfte wir haben halt nur 2 Gegner 2v2 geil competitive match ich hab Blitzschlag ich kann es doch zum Triple machen kann man auch digga es ist ich finde es sogar viel schlimmer zu viele Gegner zu haben ich habe neulich ein Triple Nuklear Gameplay nochmal angeschaut von früher da hat einer gegen 4 Gegner einfach konstant 2 Splitscreener gespielt digga also ich glaube ich auch also meine 2 ne meine nein ich bin down ich bin 1v1 also ein Kill eine Marke brauche ich dieser Scopes ist nicht so schlecht hä? ja doch er hat 1v6 ehre er war hier rechts irgendwo digga ich bin so vorsichtig grad wenn du ihn siehst die Marke reicht mir schon kill ihn der ist so schlecht digga ich hab ihn gemestert ja ich hab die Marke sofort bekommen na da oben nein das ist unglaublich wir haben so gejoked digga ich hab's so verkannt ich hab ihn noch so angeschossen mein ja die Lobby können wir eh knicken digga ja jetzt hat er seine Drohne ja digga er hat Kugelweste war klar ja ja er ist der Bester auf einmal er ist joint aber auch halt keiner nicht mal Sweater oder so er konnte ist halt so eklig wie er jetzt schwitzt digga wir hätten eigentlich wir hatten eigentlich Orbi digga du hättest ihn nur nicht messern sollen da hätten wir Orbi ja digga er war vor mir er war Level 1er ich musste einfach messern hol dir die Marke in der Küche ey wo ist er digga das ist 2 gegen 2 competitive wir sind competitive Spieler alter der Typ ist so schlecht das ist ne Legende digga der Level 1er der spielt mit der Standard Klasse wie hat der jetzt Multiteam gefunden? ich bin Hälfte Orbi ist unten hast du ihn? ja das ist Wetter ne wo ist er? ich brauch die Marke boah ich bin soo abgebrennt ich hab's gemüt digga ich hab so ne Falter und so gemacht so die müssen eigentlich jetzt da hinten spawnen ne doch nicht das ist der Noob vielleicht in seiner M620 naja ich weiß nicht ich hol den aber ich versuch ich will direkt dahin ich pass auf dich auf digga oh seine Schockladung nein ich war geschockt da ist der Gute noch digga was ist das hier für ein competitive Spiel man aber irgendwie ist das doch lustig wir werden niemals die Marken voll bekommen ey dieser Scopes man oh ich hab Blitzschlag der Noob ist ne Ehrenmann digga ich mein's ja aber beide sind auf dem Radar zu sehen immerhin ja ja war so klar dass er das Wetter jetzt kommt hast du ihn? okay warte ich bin lass die Marke lass die Marke nice du musst so krass abbremsen ich spiel ihm jetzt so den Blitzschlag in den Lauf dem Hinteren ah das war der Noob ich hab so ne Lauf geschossen mit so nem Dreieckpas digga nein er passt er fuckt Shotgun aus ich kann nicht mehr oh Gott er holt mich digga er holt mich er spawnt direkt da ich wusste dass er mich holen wird digga mit der KSG zu hinten ist aber auch nicht so leicht digga wie gesagt ich hab gegen den KSG Meister neu gespielt also wirklich digga er hat jeden Schuss getroffen er hat mich zu Weißglut getrieben boah digga dieser war echt krass OP digga was so ne Range ich ihn hole das macht doch einfach Spass Remington feier ich irgendwie mehr ich fühle das mehr der ist One Shot dahinten oh mein Gott ich hab ihn noch geholt mit der letzten Kugel ich hab auch Orbi auch raus geil lass versuchen so schnell es geht die Runde zu Ende zu spielen ok du kriegst den Sweater ich krieg den Noob ja geil aber ich hab seine KSG er ist raus ich hab ihn auch abgefuckt mit seiner KSG jetzt haben wir nur noch Marocki als Gegner digga das Ding ist man könnte ne Nuklear man könnte trotzdem ne Nuklear machen gegen ihn Digga lass ihn uns doch mal angucken was er so ohne ihn zu killen was er so macht komm mal mit so er ist Level 1 digga denkst du er ist 23 geboren also 1923 ich schieße ihn einmal an warte ich hab ihn einmal angeschossen er merkt es aber nicht digga warte ich schieße ihn nochmal an ok hab ihn nochmal angeschossen es interessiert ihn einfach nicht digga er hat sich umgedreht aber er kann mich nicht treffen digga er ist so schlecht 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 warte ich hole Schnau Klassen ich will ihn ein bisschen mit Schockladung abpacken oh man digga oh man wie ne Schockladung warte er hat seinen ersten Killgrad gemacht glaube ich gegen dich war der S hier Auf einmal springt der, Digga. Ich glaube, der täuscht nur an. Digga. Auf der Treppe ist er. Wo ist der? Boah. Digga, ich hab... Er ist so schlecht. Auf einmal springt er. Warte, jetzt fang ich an ihn zu flashen. Jetzt hab ich mich selber geflasht. Hast du ihn gesehen? Wenn du ihn siehst, sag wahrscheinlich dann flash ich ihn. Willst du ihn anlocken? Er guckt gar nicht aufs radar. Ah, er hat Taktikmaske. Guck mal, ob ihn die Nate holt. Warte, warte, warte. Nein, er hat Kugelweste deswegen, Digga. Aber er wäre ja gar nicht weggelaufen, oder was? Nee, der Hitmarker kam richtig fett sogar. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er kommt uns jetzt eh durch die Kitchen entgegen. Nee, ich glaub nicht. Doch, doch, doch. Ah, doch. Digga, der Arme, Mann. Das Ding ist... Er tut einem schon leid. Das Ding ist, die Runde ist einfach nur lustig. Es macht einfach grad Spaß. Ah, da hinten ist er. Er hat grad seinen ersten Killer in DO2 gegen dich gemacht. Ich find's so gut, aber wie auch keine Sauernacht scheint. Ah, da hinten ist er in Garage. Die Lobby ist so close. Hast du ihn? Nee, nee, noch nicht. Ich weiß auch, dass er jetzt hier ist. Oh, er hat seine Nate geworfen. Was? Er hat Kugelweste. Ja, Digga, er ist. Hast du C4 geworfen? Ja, ja. Ich spiel ohne C4, Alter. Ja, jetzt hab ich ihn eigentlich easy. Nein, er läuft links rum. Nee, der ist doch hier. Hab ihn. Das Ding ist, er quittet gar nicht, weil wir ihm so ein bisschen Spaß liefern. Ja, ja. Zwei Kills gemacht und so. Reicht ihm dann auch. Der Typ ist einfach glücklich. Ich frag mich grad, was echt in seinem Kopf so abgeht. Oh, ich hab nen Raketenwerfer. Lass ihn einmal mit Raketenwerfer holen, wenn du ihn siehst. Ja, der ist hier. Der ist bei mir. Der Kitchen. Kommt der rein? Der hat den Nate geworfen? Nee, der ist draußen. Oh, ich hab ihn so getunnelt, Digga. Er spielt Kugelgebäste. Oh, ich bin One-Shot. Ich hab keine Waffe. Okay, Digga. Er spielt einfach, Digga. Aber ich hab ihn getunnelt. Also, ich hab nicht mehr nen Hitmarker bekommen. Er spielt auch Kugelbäste. Ich glaub, du kannst ihn gar nicht holen mit einem Raketenwerfer. Nee, stimmt. Digga. Wir werden das halt echt ausspielen. Ah, links. Ja. Er ist der Beste, Digga. Ich will die KSG haben. Digga hat mich auch fast noch geholt. Ja, hat so Spaß. Der Blitzschlag. Ah, er ist äh... Er ist hier... Erste Sterling. Ah, er kommt mir genau entgegen. Na, ich seh ihn. Aber er ist Level 2 mittlerweile. Naja. Macht auch nen RTC, glaub ich. Noch zwei Kills zum Orbi. Mann, einfach... Digga, ich find's einfach lustig. Digga, hätten wir ihn dreimal... Ihn... Ihn fünf... Ihn sechsmal, Digga. Ich schwör... Ihn sechsmal, das werden das sichere Trippeln. Wobei... Man müsste also... Wenn er... Wenn er ohne Dings hier spielt. Ohne Kugelwäste. Gegen sechs Gegner ist ne Triple halt nicht so einfach. Gegen vier oder fünf ist halt am besten. Äh, ist so... Du musst halt einfach nur safe spielen. Ja, aber gegen sechs kann einem passieren, dass mal alle drei spawnen, Digga. Da kannst du halt nix mehr machen. Ja, wenn die keine Kugelwäste spielen, einfach C4 immer rein. Ja, aber zum Beispiel... Ich hab nen Triple auf Carrier geschaut, weil ich mir Monster altes Video reingezogen hab. Da hat er so ne Triple genommen von so nem Chaos-Rusher, hieß der Typ. Mhm. Digga, das war einfach so... Digga, die sind teilweise so zu dritt. Zu viert gespawnt. Es ist halt... Einfach schwierig, da was zu machen. Das Ding ist... Ah, ja. Guck, ob ich ihn noch einmal holen kann. Der spawns safe da hinten, oder? Da kommt Kitchen. Komm. Hä, wo ist der? Ja, er ist bestimmt bei Garage gespawnt. Ja. Digga. Trotzdem waren noch mehr Punkte pro Minute als mancher sonst schafft. Kill-Dual geht an dich. Ja, easy. Guck mal, das ist typisch KSG. Der erste Schuss ist drauf, da kriegt man keinen Kill. Siehst du? Ja, ja. Aber der zweite ist nicht drauf. Ja, ja. Wobei, okay, doch auch. Ja, doch, der war schon drauf. Das Ding ist, mit der Remington hättest du ihn easy gehittet. Ob du ihn geholt hättest, weiß ich nicht, aber... Remington ist aus der Hüfte besser als mit rein so... Naja. Glazer. So krass. Marocki, alter. Der Ehrenmann. Ich hätte ihn jetzt. 11.000 EP hab ich trotzdem bekommen. Alter, krass. Das hab ich mal annehmen. Na gut, Leute. Ich würd sagen, eine ganze Runde schaffen wir jetzt nicht mehr. Deswegen lass einfach gerne ein Like da. Check die letzten Folgen ab. Und ja, haut rein, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.